Hallo, schön, dass du da bist. Heute geht es weiter mit dem neunten Kapitel aus Richard David Prechts Wer bin ich und wenn ja, wie viele? New York, da war doch was. Was ist das Gedächtnis? Unter anderem in diesem Kapitel der Gedächtnisforscher Eric Kandel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Eigentlich könnte er sich zurücklehnen und einfach nur stolz auf das Geleistete sein. Aber zurücklehnen ist seine Sache nicht. Kerzengerade steht der filigrane Mann im grauen Nadelstreifenanzug in seinem Arbeitszimmer. Mit den breiten Hosenträgern und der schreiend roten, blau gepunkteten Fliege gleicht der smarte ältere Herr einem Musiker oder einem Entertainer übrig geblieben aus der großen Zeit der Broadway-Conferoncier in den 50er Jahren. Doch Eric Kandel ist kein Unterhaltungskünstler. Er ist der bedeutendste Gedächtnisforscher der Welt. Das Zimmer im 12. Stock ist schlicht, aber nicht ungemütlich. Keine Extravaganzen. Die Fachbücher im Regal werden benutzt, darunter der dicke, abgegriffene Follion, Principles of Neural Science, das Standardwerk des Fachs, das ihn berühmt machte. Auf der Fensterbank stehen Fotos der Familie und von verstorbenen Kollegen. Durch die getönte Scheibe sieht man den Norden Manhattans. Tief unten wälzt sich der Verkehr des Riverside Drive. Durch diese trostlose Umgebung aus dunklen Wohnsilos, Baracken und Stacheldraht. Sieben Jahre ist es her, dass Kandel den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt. Für ein Lebenswerk zur Gedächtnisforschung voll sprühender Anregungen und neuer Entdeckungen. Die zweite Hälfte seines langen Wirkens hat er hier verbracht, in diesem Stockwerk. Die überfüllten Labore rechts und links des Flurs sehen aus wie überall auf der Welt. Doch das unauffällige Interieur täuscht. Das Howard Hughes Medical Center der Columbia University ist eine der bedeutendsten Einrichtungen auf dem Gebiet der Hinforschung weltweit. Und der lebhafte 77-Jährige, der all dies aufgebaut hat, ist kein Fossil, kein Emeritus, der seine Schrullen frönt. Kandel, der uneingeschränkte Herrscher, über eine große Zahl flinker Mitarbeiter, steht noch immer im Zentrum der Forschung. Man kann darüber streiten, ob die Welt aus Atomen aufgebaut ist oder aus Geschichten. Am Anfang von Erik Richard Kandels Geschichte steht Hitlers Einmarsch in Österreich. Zu seinem neunten Geburtstag am 7. November 1938 bekommt der junge Erich ein ferngesteuertes blaues Modellauto. Der Vater ist ein jüdischer Spielwarenhändler in Wien und das Auto ist Erichs ganzer Stolz. Zwei Tage später hämmert es abends laut an der Wohnungstür. Reichs pro Gromnacht, der Antisemitismus bricht sich in Wien Bahn, brutaler als irgendwo sonst im Großdeutschen Reich. Die Mutter und ihre beiden Söhne müssen die Wohnung verlassen. Der Vater wird verschleppt, verhört und gedemütigt und kommt erst zehn Tage später wieder zu seiner Familie zurück. Ein Jahr lang erleben die Kandels die Schikanen des NS-Regimes, werden ausgeraubt, ausquartiert und enteignet. Der Vater ist arbeitslos, Erich verliert alle seine Freunde. Die israelitische Kultusgemeinde der Stadt hilft der Familie zu überleben. Im April 1939 glückt die Ausreise der Söhne in die USA. Die Eltern kommen später nach. Das Motto der überlebenden Juden, niemals vergessen, wird Erich stets begleiten. Die Eltern fassen nur notdürftig Fuß in New York. Erich dagegen, der sich von nun an Eric nennt, findet sich schnell zurecht, besucht die Yeshiva im New Yorker Stadtteil Flatbush, eine traditionelle jüdische Eliteschule und die renommierte Erasmus Hall High School in Brooklyn. Als einer von zwei Schülern unter 1400 Bewerbern erhält er ein Stipendium für ein Studium in Harvard. Hier lernt er Anna Kries kennen, die aus einer Psychoanalytikerfamilie stammt. Er verliebt sich in Anna, aber noch mehr schwärmt er für die Psychoanalyse, die faszinierendste Wissenschaft, die es gibt, fantasievoll, umfassend und empirisch zugleich. Kandel vertieft sich in die Lektüre Sigmund Freuds und entdeckt den einzig erfolgversprechenden Ansatz zum Verständnis des Geistes. Um Psychoanalytiker zu werden, muss er Medizin studieren. Er seufzt. Ein unbeschreiblich langweiliges Fach. Im Herbst 1955 sitzt er im Sprechzimmer von Harry Grumfest an der Columbia University und erklärt dem verblüfften Neurophysiologen sein zukünftiges Forschungsprogramm. Heute muss er selber lachen. Drei monotone, tief eingezogene Laute. Es klingt nicht menschlich, eher wie der Lockruf eines Nashornvogels. Mit seiner einnehmenden Erzählweise, einer Mischung aus Wiener Scharm, jüdischem Humor und amerikanischer Nonchalance, erzählt er von seiner Bekehrung vom Träumer zum ernsthaften Wissenschaftler. Immer nur eine einzige Gehirnzelle, auf einmal soll sich Kandel nach Grumfests Anweisung vornehmen, dazu ein Tier, das einfach genug gebaut ist, um übersichtliche Versuche durchführen zu können. Immerhin, auch Freud hatte als Neurobiologe begonnen und versucht, seine Theorie des seelischen Apparates auf der Grundlage der Neuronenlehre zu entwickeln. Was Freud aufgrund mangelnder Kenntnisse in seiner Zeit nicht leisten konnte, will Kandel nun wagen. Mit der Meeresschnecke, Aplysia, dem Seehasen, wird er in den folgenden beiden Jahrzehnten mehr Zeit verbringen als mit seiner Frau. Schon die ersten Versuche mit Mikroelektroden an der Nervenzelle eines Flusskrebses hatten den angehenden Hirnforscher in Ekstase versetzt. Die Euphorie ist noch heute spürbar. Er breitet die Arme aus, die Stimme wird laut und hoch. Ich lauschte den tiefen, verborgenen Gedanken meines Flusskrebses. Doch Aplysia erweist sich in vielerlei Hinsicht als spektakulärer. Sie war groß, stolz, attraktiv und intelligent. Der Seehase ist ein überschaubares Tier. Nur 20.000 im Vergleich zu 100 Milliarden Nervenzellen bei Menschen funken in seinem Gehirn. Manche dieser Zellen sind 50 Mal so groß wie bei Säugetieren und mit bloßem Auge zu erkennen. Mit Feuereifer stürzt sich Kandel in die Arbeit. Strahlend erzählt er von den Erregungen der Pionierzeit. Eric in Wonderland. Eine Welt, in der es nichts Aufregenderes gibt als Hirnforschung. Die Kartierung eines unbekannten Kontinents, der Himmelsphysik des 17. Jahrhunderts und den Entdeckungsfahrten der Renaissance vergleichbar. In den 50er und 60er Jahren ist die Beschäftigung mit dem Gehirn eine Reise in ein weitgehend unbekanntes Land. Und der Weg von den Nervenzellen des Seehasen zur Erklärung menschlichen Fühlens, Denkens und Verhaltens könnte weiter kaum sein. Kandel hingegen ist optimistisch. Meereschnecke oder Mensch? Das Baumaterial der Zellen ist biochemisch weitgehend dasselbe. Könnte es da nicht sein, dass auch die Zellmechanismen, die Lernen und Gedächtnis zugrunde liegen, während der Evolution erhalten geblieben sind und folglich bei allen Lebewesen auf zumindest ähnliche Weise funktionieren? Mit leichten Elektroschocks am Schwanzende der Aplysia stimuliert er Kiemenreflexe und beobachtet die Reaktion in ausgewählten Nervenzellen. Er entdeckt, dass sich die Nervenzellen verändern. Bekannte Vorgänge, Lernerfahrungen im Kurzzeitgedächtnis des Seehasen, so erkennt er bald, erhöhen die Plastizität der Synapsen. Sie dehnen sich aus, seine ersten Aufsätze über lernanaloges Verhalten einer Meeresschnecke bringen die Kollegen zum Stutzen. Er lächelt. Ein strahlendes Kind, das weiß, dass seine Zaubertricks funktioniert haben. Die Säugetierschauvinisten wussten nicht, was sie davon halten sollten. Sie hatten geglaubt, solche Versuche gingen nur bei Säugern. Das Terrain, auf das sich Kandel vorgewagt hatte, könnte unübersichtlicher kaum sein. Die Erforschung des Gedächtnisses. Doch was sind das? Gedächtnis und Erinnerung. Nicht einfach auf diese Frage eine Antwort zu geben. Denn ist das Gedächtnis nicht so etwas wie unsere Identität? Was wären wir ohne unsere Erinnerung? Nicht nur hätten wir ohne Erinnerung keine Biografie. Wir hätten auch kein Leben, jedenfalls kein bewusstes. Verstehen bedeutet, etwas auf etwas anderes zu beziehen, das wir kennen. Und kennen tun wir nur das, was wir gespeichert haben. Um diesen Satz zu verstehen, den Sie jetzt gerade lesen, müssen Sie einerseits die einzelnen Wörter verstehen, also wiedererkennen, und gleichzeitig die Bedeutung des ganzen Satzes erkennen, also seinen Sinn. Und es ist sehr vorteilhaft, wenn Sie auch die Sätze erinnern, die Sie zuvor gelesen haben. Nicht wörtlich, aber zumindest ihre wesentliche Bedeutung. Das Wort Bedeutung habe ich mit Absicht kursiv gesetzt, denn es sagt etwas sehr Wichtiges. Wir speichern nämlich im Regelfall keine Wörter und keine Sätze in unserem Gehirn, sondern wir speichern so etwas wie persönliche Essenzen, die Bedeutungen, die die Dinge für uns haben. Das gilt nicht nur für Wörter, es gilt für alles. Gesichter, die uns vertraut sind, können die wenigsten aus dem Kopf zeichnen. Selbst talentierte Künstler nicht. Denke ich an den von mir als Kind sehr geliebten Großvater, sehe ich ihn in Bildern vor mir und in ausgewählten Szenen, die lediglich kleine, sehr emotionale Ausschnitte bilden. Es sind Impressionen, aber kein längerer Film. Und wenn ich mir meine Wohnung vergegenwärtige, sehe ich niemals alle Zimmer darin zugleich vor mir, sondern immer nur einzelne Räume oder deren Teile. Wie will man diese schlecht belichteten Filmausschnitte erklären? Wie werden aus Informationen Bedeutungen? Und wer bestimmt die Auswahl? Warum, weiß ich noch, wie der Hund des Hausmeisters in der Grundschule hieß, vergesse aber meine Frau am Jubiläumstag unseres Kennenlernens anzurufen? Obwohl ich das Datum natürlich kenne und der Hund mir völlig egal ist und meine Frau ganz und gar nicht. Warum ist mir für dieses Beispiel eigentlich spontan ausgerechnet dieser Hund eingefallen, an den ich seit 32 Jahren keinen einzigen Gedanken verschwendet habe? Erinnerung, so scheint es, ist weitgehend unverfügbar. Sie blitzt auf und steht unversehens vor Augen. Man kann sie nicht nach Gutdünken kontrollieren. Ja, man kann das Erinnerte noch nicht einmal mit Absicht vergessen. Was ist das, diese anonyme Macht des Erinnerns, die bestimmte Bilder aus dem schattenhaften Vergessen löst und in mein Bewusstsein zurückbringt? Wie viel von meinem Gedächtnis ist bewusst und wie viel unbewusst? Wer oder was steuert den Transfer von bewusstem Wissen in die große Kiste des Vergessens? Und wer holt gelegentlich das eine oder andere davon wieder heraus? Zum Beispiel, als ich nach zwölf Jahren Abwesenheit aus Berlin voll Freude diesen so völlig unverwechselbaren Geruch aus den U-Bahn-Schächten wiedererkannt habe, von dem ich gar nicht wusste, dass er mir zuvor überhaupt aufgefallen war und dass ich ihn wohl irgendwie gemocht haben muss. Bin ich das Selbst, der da erinnert? Oder führt die Erinnerung ein unverfügbares Eigenleben? Bin ich wirklich das Subjekt des Erinnerns oder nicht vielleicht doch vielmehr das Objekt meiner Erinnerung? Dass unser Gehirn Bedeutungen speichert und keine Daten wie ein Archiv oder eine CD-ROM macht die Erforschung des Gedächtnisses und der Erinnerung sehr schwierig. Gewiss werden sich alle diese Prozesse eines Tages von der Hirnforschung genetisch, chemisch, elektrophysiologisch beschreiben lassen, aber lassen sie sich auch verstehen? Was weiß man über das menschliche Gedächtnis, wenn man weiß, wie bestimmte Moleküle miteinander interagieren? Es scheint, als ob die Erforschung des Gedächtnisses die Philosophen und Psychologen weit weniger arbeitslos macht, als die Erforschung der Gefühle oder des Unterbewusstseins. Wenn wir uns erinnern, denken wir an Gedachtes und Gefühltes, das Spuren im Gehirn hinterlassen hat. Wir denken und fühlen es noch einmal, mehr oder weniger ähnlich wie beim ersten Mal. Eine Ausnahme davon bildet lediglich eine kleine Gruppe von sogenannten Savants, von Wissenden. Es sind Menschen, die auf bestimmten Gebieten zu sehr erstaunlichen Gedächtnisleistungen in der Lage sind, wie etwa Kim Peek. Er war das Vorbild für den Kinofilm Rain Man, in dem Dustin Hoffman einen autistischen Savant spielt. Kim lebt in Salt Lake City und kann derzeit etwa 12.000 Bücher Wort für Wort auswendig, so wie er zu jedem Kalenderdatum ohne zu überlegen den Wochentag kennt. Doch er zahlt einen hohen Preis. Kim lebt mit über 50 noch immer bei seinem Vater und kann sich weder alleine anziehen noch sich ein Spiegelei oder ein Sandwich machen. Manche Gedächtnisforscher sehen in Savant ein einmaliges Fenster ins menschliche Gehirn. Leider ist das, was man dadurch sieht, sehr rätselhaft. Weil einige bestimmte Hirnfunktionen bei den meisten Savant ausfallen oder reduziert sind, kompensieren sie diese Defizite dadurch, dass sie auf andere Schaltkreise ausweichen, die dadurch mitunter unglaubliche Höchstleistungen vollbringen. Aber warum ein Savant wie Stephen Wiltshire nach einem 45-Minuten-Flug über das ihm unbekannte Rom jedes einzelne Haus mitsamt der richtigen Anzahl Fenster aus dem Kopf zeichnen kann, warum er sich also nicht Bedeutungen, sprich Impressionen merkt, Sondern tatsächlich Informationen, darauf weiß die Wissenschaft bislang keine Antwort. Dass wir, die wir keine Savants sind, so viel von dem, was wir erleben, vergessen, hat natürlich auch sein Gutes. Erinnerungen verschönen das Leben, aber das Vergessen allein macht es erträglich. Doch wie gehen Erinnern und Vergessen vor sich? Hirnforscher teilen das Gedächtnis heute in ein deklaratives, ausdrückliches und ein nicht deklaratives, verborgenes Gedächtnis. Diese Unterscheidung entspricht dabei genau derjenigen von Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ausdrückliche Gedächtnisleistungen rufen bewusst Erlebtes und Durchdachtes ab und man kann über das Erinnerte reden. Verborgene Gedächtnisleistungen betreffen die Dinge, die wir speichern, ohne es zu merken und zu wissen, wie in meinem Fall die U-Bahn-Gerüche in Berlin. Beide Gedächtnistypen lassen sich noch einmal unterteilen, ähnlich wie etwa die verschiedenen Ich-Typen oder die Typen des Unbewussten. Das ausdrückliche Gedächtnis besteht ganz offensichtlich aus drei verschiedenen Komponenten, einem episodischen Gedächtnis, einem Fakten Gedächtnis und einem Vertrautheits Gedächtnis. Das episodische Gedächtnis begleitet uns durch unseren bewusst erlebten Alltag. Was mir heute an Denkwürdigem zustößt, was mich bewegt oder beschäftigt, wandert in dieses episodische Gedächtnis. Von allen Gedächtnistypen bestimmt es am stärksten mein Selbstverständnis und meine Identität. Hier erfinden wir, wie der Schriftsteller Max Frisch es nannte, die Biografie, die wir dann für unser Leben halten. Was nicht in meinen Lebensfilm mit mir selbst als Hauptdarsteller und anderen mir wichtigen Menschen als Nebendarstellern passt, wandert ins Fakten Gedächtnis. Was ich hier und jetzt über das Gedächtnis schreibe, stammt aus diesem Fakten Gedächtnis und geht von hier aus nun möglicherweise auch in ihres ein. Kochrezepte und Kontonummern, die Zugverbindungen, die ich regelmäßig nehme, mein ganzes Wissen über die Welt ist hier gespeichert. Doch dieses Gedächtnis arbeitet nicht ohne Voraussetzungen. Um die Dinge in meinem Leben erkennen zu können, muss ich wissen, dass ich sie weiß. Diese Aufgabe erledigt das Vertrautheits Gedächtnis. Es sagt mir, ob mir etwas bekannt vorkommt oder nicht. Normalerweise bedarf es dafür keiner langen Prüfung. Dieses Gedächtnis arbeitet offensichtlich ziemlich mühelos und automatisch. Ich weiß, ob ich etwas kenne oder nicht und die Anzahl der Ausnahmen, bei denen ich mir unsicher bin, ist sehr klein. In seinem Automatismus funktioniert das Vertrautheits Gedächtnis sehr ähnlich wie das verborgene Gedächtnis. Hierzu gehört der ganze Rest des intuitiven Erinnerns, bei dem das Bewusstsein keine oder nur eine sehr geringe Rolle spielt. Im vorangegangenen Kapitel war von den wissenden Fingern auf der Computertastatur die Rede und von meinen wissenden Füßen auf dem Nachhauseweg. Offensichtlich erinnern sie sich erstaunlich gut an die richtigen Tasten und an den richtigen Weg, ohne dass das langsame, arbeitende oder vom Alkohol getrübte Bewusstsein allzu zu tun braucht. Ein routinierter Autofahrer schaltet automatisch und analysiert intuitiv die Verkehrslage und ein guter Stürmer beim Fußball denkt nicht lange, wenn er in einer halben Sekunde die Entscheidung trifft, wohin er schießen soll, während der Torwart reflexartig die Arme hebt. Bei all diesen Vorgängen arbeitet das verborgene Gedächtnis unseres Unterbewusstseins. Zu den geheimnisvollsten Fragen gehört allerdings noch eine zweite Entscheidung meines Gedächtnisses. Es unterteilt nämlich nicht nur nach dem, was mir bekannt und was mir unbekannt ist. Es unterscheidet auch nach wichtig und unwichtig. Wir können kaum je alle Gegenstände wahrnehmen, die in einem Zimmer sind, aber sobald irgendetwas nicht ganz so ist wie gewöhnlich, bemerken wir es meistens sofort. Offensichtlich ist uns das Neue und Ungewöhnliche besonders wichtig und nur, was als hinreichend wichtig erkannt wird, wird auch mit Absicht gespeichert. Aber wer bestimmt über diese Wichtigkeit? Ganz offensichtlich kann sie sowohl einen bewussten als auch einen unbewussten Ursprung haben. Das ausdrückliche und das verborgene Gedächtnis lassen sich also gar nicht so sauber trennen, wie hier geschehen. So einig sich die Hirnforscher bei ihrer Unterteilung sind, so hypothetisch ist diese Konstruktion. Und richtig, bei näherem Hinsehen fällt auf, dass alle diese handlichen Unterscheidungen sehr vage und spekulativ sind. Genau genommen stammen sie auch gar nicht aus der Hirnforschung selbst, sondern aus der Psychologie. Und ihr Wahrheitsgehalt ist in etwa so hoch wie der von Freuds es ich und über ich. Es sind praktische und mehr oder weniger plausible Unterteilungen, aber sie haben keinen festen Boden unter den Füßen. Der Grund dafür ist leicht benannt. Es gibt nämlich keinen Ort, an dem eine Festplatte namens Gedächtnis im Gehirn eingebaut ist, die man beschreiben könnte und bei der einzelne Speicher bestimmte Funktionen übernehmen. Eine Region Kurzzeitgedächtnis gibt es genauso wenig wie ein Areal namens Langzeitgedächtnis und auch das ausdrückliche und das verborgene Gedächtnis haben keinen sichtbaren Wohnsitz. Auf physiologischer Ebene tappen die Hirnforscher fast völlig im Dunkeln. Doch wenn es gar keinen Ort für das Gedächtnis gibt, wie hatte Erik Kandel dann das Kurzzeitgedächtnis des Seahasen erforschen und dabei beobachten können, wie sich die Synapsen der Meeresschnecke beim Lernen ausdehnen. Die Antwort ist, dass sich der von Kandel untersuchte biochemische Mechanismus an sehr vielen verschiedenen Nervenzellen zeigen lässt. Man muss nur herausfinden, welche Neuronen für welche körperliche Funktionen zuständig sind, um die entsprechenden Versuche machen zu können. Die entscheidende Leistung war, zu zeigen, wie die Erfahrung eine Spur im Gehirn hinterlässt, nämlich veränderte Synapsen. Die plastische Veränderbarkeit der Synapsen ermöglicht es, Erfahrungen kurzfristig zu speichern. Und in der Tat werden die Synapsen aller Tiere abhängig von ihren Erfahrungen ständig umgestaltet, wenn auch im Rahmen abgesteckter Möglichkeiten. Denn natürlich können Nervenzellen nicht alles lernen, sie sind nur begrenzt flexibel. Zum Nobelpreiskandidaten wurde Kandel, als es ihm gelangt, zu zeigen, dass sich ähnliche Experimente wie mit Aplysia auch mit Ratten machen lassen. In den 80er Jahren entdeckte er hierbei das Protein CREB CREB Wird CREB in einer Nervenzelle des Gehirns ausgestoßen, vergrößert sich die Anzahl der synaptischen Verbindungen. Kandel erkannte, dass die Synapsen beim Kurzzeitgedächtnis effizienter werden. Das Langzeitgedächtnis dagegen entsteht nicht durch qualitative Verbesserung innerhalb der Synapsen, sondern dadurch, dass die Zahl der synaptischen Verbindungen wächst, ausgelöst durch CREB. Diese Entdeckung brachte Candel den endgültigen Durchbruch. Die erste diskussionswürdige Theorie für die Entstehung von Langzeiterinnerungen überhaupt. Den Preis bekam er im Jahr 2000 zusammen mit dem Schweden Arvid Carlsson und dem Amerikaner Paul Greenguard. Carlsson hatte wichtige Grundlagen zur Erkenntnis und Eindämmung der Parkinson-Krankheit geleistet. Greenguard entdeckte, wie Proteine als Botenstoffe Zellreaktionen im Gehirn verändern können. Eine wichtige Grundlage gerade auch für Candels Arbeit zum Langzeitgedächtnis. Candel weiß, dass er im Grunde nur an der Oberfläche des Langzeitgedächtnisses gekratzt hat. Als erster immerhin, aber gewiss nicht als letzter. Denn natürlich bleiben sehr viele ungeklärte Fragen. Er hatte sich bei seinen Versuchen auf den Hippocampus der Ratten konzentriert, der unter anderem für die räumliche Orientierung zuständig ist. Während die Ratte lernte, den richtigen Weg durch ein Labyrinth zu finden, kam es zu dem beschriebenen Ausstoß an Kreb im Hippocampus. Den gleichen biochemischen Ablauf findet man allerdings auch in anderen Gehirnregionen, die, soweit bekannt, gar nichts mit Lernen und Erinnern zu tun haben. Der durch Kreb ausgelöste Vorgang in den Nervenzellen ist zwar eine notwendige, aber offensichtlich keine hinreichende Erklärung dafür, dass Langzeiterinnerungen entstehen können. Vergleicht man das Gedächtnis mit dem System der höheren Mathematik, so sind die Hirnforscher also gerade erst dabei zu verstehen, was eine Zahl ist. Die Art und Weise, wie unser Gehirn Eindrücke speichert, wie es dabei Wichtiges von Unwichtigem trennt und warum, ist also nach wie vor ein Rätsel. Klar dagegen scheint zu sein, dass ich, um etwas ganz bewusst erinnern zu können und es selbstständig aus einer Schublade des Gedächtnisses ziehen zu können, dieses Erlebnis sprachlich erfasst haben muss. Es muss dafür nicht in Worten vorliegen, wie ein auswendig gelerntes Gedicht, aber es muss wie auch immer reflektiert sein. Und eine Reflexion völlig ohne Sprache ist, soweit wir wissen, dem menschlichen Gehirn nicht möglich. Doch wenn alles, was wir wissen oder zu wissen glauben, an die Sprache gebunden ist, was hat es dann eigentlich mit diesem so ausgezeichneten Erkenntnismittel Sprache auf sich? Sichert sie uns einen privilegierten Zugang zur Wirklichkeit? Vermittelt sie uns ein objektives Wissen der Welt? Kapitel 10 Die Fliege im Glas Was ist Sprache? Danke fürs Zuhören. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, wie euch dieses Kapitel gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.